Molly und ihre Mutter wollen einkaufen gehen. Da sehen sie eine Frau mit Hund. Sie fragen sie nach dem Weg. Molly und ihre Mutter haben den Markt gefunden. Jetzt überlegen sie, was sie kaufen wollen. Sie entscheiden sich für zwei Äpfel. Molly und ihre Mutter sind zu Hause angekommen. Jetzt essen sie ihre Äpfel. Jetzt geht Molly alleine durch die Stadt und sucht den Spielplatz. Molly kommt am Spielplatz an. Sie sieht zwei Mädchen. Die zwei Mädchen gehen zu ihr und reden mit ihr. Molly ist glücklich.